Schimmel, ich singe nicht stille Nacht, heilige Nacht für Weihnachten. Du willst ein weihnachtliches Video haben? Okay, kriegst du ein weihnachtliches Video. Kriegst eine weihnachtliche Reaction von mir, Schwemmel. Hallo YouTube, ich wünsche euch einen frohen heiligen Abend. Ich hoffe, ihr werdet reich beschenkt. Und wenn nicht, dann nicht. Der Schwemmel, der Cutter, der das hier macht. Und mein guter Freund hat sich ein weihnachtliches Video gewünscht. Und deswegen gibt es jetzt hier eine weihnachtliche Reaction. Und zwar gucken wir uns die Weihnachtsansprache 2023 von Julian Reichelt an. Also genau, was man braucht für einen heiligen Abend. Ist vollkommen klar. Uhrensohn. Liebe Freunde, liebe Fans, liebe Familie von... Julian Reichelt, ich kann dir ganz, ganz klar garantieren, dass du keine Fans hast. Wirklich nicht. Wirklich hast du nicht. Achtung Reichelt. Unser Land hat in den letzten 100 Jahren unzählige bedrückende Weihnachtsfeste durchlebt und durchgestanden. Weihnachten im Krieg, Weihnachten in Trauer, Weihnachten in Teilung, Weihnachten im beklemmenden Schatten des Terrorismus, Weihnachten in Armut und bitterer Kälte, Weihnachten in Trümmern und in Schande. Also an die letzten Terroristen, an die ich mich... Welche Terrorismus sorge denn? Ist das eine RAF-Anspielung oder was? Aber was immer dieses Land erleiden und ertragen musste oder angerichtet hat, nichts. NSU? Ne, ne, ne. Der nationalsozialistische Untergrund war für Julian Reichelt eher so eine Freiheitskämpfer-Truppe. War noch keine Terroristen in seinen Augen. War je mächtiger als die Zuversicht von... Der Breitscheidsplatzanschlag. Ah, gut. Auch gut. Kann auch sein, ja. ...weihnachten. Das wird auch dieses Jahr so sein. Das wissen wir in unseren Herzen. Und doch spüren wir alle, dass etwas anders ist. Dass es ein ungekanntes Weihnachten ist. Das stimmt allerdings. In Bayern wurde sogar das Gendern verboten. Die neuen Regeln, was man sagen darf und was nicht, die zählen jetzt aber dann eher für Leute, die gendern, oder? Oder habe ich das irgendwie missverstanden? Ich glaube schon, oder? Eine radikale Minderheit regiert und gängelt die Mehrheit. Unser Land ächzt unter einem Regime der Unvernunft, wie wir es im vereinten Deutschland noch nicht erlebt haben. Von Weihnachtsbäumen bis zu Atomkraftwerken, von Indianerkostümen über Steaks bis zu den einzigartigen Autos, die wir hier bauen, wollen... Nicht mal die Krawatte kann er richtig binden. Ja, vor allem ist das ja auch ein gänzlich falscher Kragen für den Knoten. Da machst du dir halt einen doppelten Winzer dran. Aber akkurat gedreht und nicht so ein Schwachsinn. Wie sieht denn das aus, Junge? Wir werden unsere neuen Herrscher alles verbannen und verbieten, was unser Leben, unsere Identität ausmacht. Auf unseren Tischen steht zu Weihnachten das Essen von Landwirten, die in diesen Tagen um ihre Existenz fürchten. In den Köpfen vieler fleißiger Eltern sind die finanziellen Sorgen noch nicht verscheucht, die sie beim Kauf der Geschenke für ihre Kinder empfunden haben. Wenn sie die Freude ihrer... Übrigens, ne, für hier YouTube, ist ja auch auf YouTube, ne, besinnliche Weihnachtsansprache meinerseits. Was gibt's denn bei mir zu Weihnachten? Morgen, also, nee, heute. Für euch heute. Heute am Heiligen Abend gibt's das heilige, seit schon immer, schon immer etablierte Heiligabendessen. Und zwar Kartoffelsalat mit Würstchen. Das ist einfach, das gehört für mich zum Heiligen Abend, wie der Heilige Abend zum Heiligen Abend gehört. Kartoffelsalat mit lecker, 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 lecker veganen Würstchen. Muss man sagen, vegane Würstchen. Das ist kein Schwein für gestorben. Kartoffelsalat, Geheimtrick Nummer 1 von mir. Ich bin ja jemand, der früher immer ganz gerne Eier im Kartoffelsalat hatte. Schön Eier im Kartoffelsalat hat für mich immer reingehört. Und ich habe eine Lösung gefunden, wie ich genau dieses Sensational-Geschmackserlebnis in vegan kriegen kann. Und zwar, super easy, einfach Kala-Namax-Alz. Ich fülle mir, ich fülle mir eine ordentliche Schaufel Kartoffelsalat auf dem Teller und dann mache ich Kala-Namax-Alz drüber. Ansonsten landet in meinem Kartoffelsalat natürlich Mayonnaise, einiges an Mayonnaise. Dann ganz fein geschnittene Zwiebeln, aber wirklich ganz fein geschnitten. Schon wirklich, also wirklich ganz klein gehackte Zwiebel und dicke Gurken kommen da auch rein. Gurken, Zwiebeln, Mayonnaise, Kartoffel und dann ein bisschen Kala-Namax drüber. Köstlich, Freunde, köstlich. Wenn Sie Kinder sehen, dann wissen Sie, wofür sie hart arbeiten. Aber wenn Sie auf unsere rücksichtslose Regierung blicken, dann wissen Sie es nicht mehr. Für alle Menschen, die Deutschland lieben, ist es schwer mit anzusehen, schmerzhaft zu ertragen, wie man unser Land zugerichtet hat. Ich liebe Deutschland. Von den großen politischen Lügen der letzten zwei Jahrzehnte hat das Jahr 2023 so gut wie nichts übrig. Ich dachte, Kala-Namax braucht Hitze, deswegen nehme ich da bisher nur bei so einem Schwachsinn, Alter. Kala-Namax kann es einfach über alles drüber schütten und dann schmeckt es nach Ei. Derzeit mache ich mir Eierbrötchen immer. Also ich nehme einfach so ein Vollkornbrot, dann kommt da ganz dick Tofu drauf, so eine Scheibe, schön 32 Gramm Protein, zack. Und dann kommt da einfach Kala-Namax drüber. Kalt. Und dann klappe ich das zu und dann habe ich ein Ei-Brötchen. Mega geil. Übrig gelassen. Unser Land ist nicht bunter geworden, sondern unsere Nächte gefährlicher. Unser Strom ist nicht günstiger, sondern teurer. Die sagenhafte deutsche Aufstiegsgeschichte ist zu einer peinlichen Saga des Stillstands geworden. Die Welt lacht über unsere Regierung. Die kriminellen Clans lachen über unsere Polizei. Unser Finanzminister kann nur noch mit Mühe die Rechnungen bezahlen. Unser Bundeskanzler weiß alles besser und erinnert sich an nichts. Die deutsche Grenze ist keine Stopplinie, sondern eine Ziellinie, hinter der verlockende Reichtümer warten, die wir alle miteinander erarbeiten. Meinst du damit die 500 Euro Bürgergeld oder was? Verlockende Reichtümer. Oder meint er damit die Lebensmittelmarken? Die schafft er es mit jedem Wort zu lügen und zu hetzen, ist auch eine Eigenschaft eigentlich nie mehr. Meint er mit dem kriminellen Clans in die CDU? Alter, was sind denn das für First-Time-Shatter? Was sind denn das? Delta, was ist los? Das letzte Mal hatte ich stabile First-Time-Shatter 2016. Ein sogenanntes Weihnachtswunder. Das linke Weihnachtswunder aus Irland, würde ich sagen. Folgt aber schon seit 2018. Wahrscheinlich traut er sich jetzt was zu sagen, weil ich wieder Hurensohn sage. Er hat selber Angst vor Sprachverboten gehabt. Er hatte wahrscheinlich Angst, wenn der was hier reinschreibt, dass sich dann über ihn lustig gemacht wird. Und jetzt mittlerweile traut er sich das wieder. Aber immer weniger davon haben. Statt unsere Kinder in den besten Schulen fürs Leben zu rüsten, treiben Ideologen sie mit sanfter Stimme in die totale Verwirrung, indem sie ihnen einreden, sie könnten ihr Geschlecht ändern. Statt ihnen Mut zu machen, befeuern die Mächtigsten im Land apokalyptische Ängste. Das Gefühl, frei seine Meinung sagen zu können, ist auf dem tiefsten Punkt der letzten 70 Jahre angelangt. Alle Generationen seit 1953 haben sich freier gefühlt als die Menschen heute. Karl, an Weihnachten kommt mein Nazi-Opa, der nur bei deutschen Restaurants isst, also weiße Deutsche, weil die Ausländer ja das Ganze geht ins Ausland schicken und nicht an den deutschen Staat, immer natürlich AfD gewählt, help. Also erstmal glaube ich nicht, dass sein Opa schon immer AfD gewählt hat, weil die gibt es ja erst seit 2013. Psych! Aber, aber, gegen alte Nazis in der eigenen Familie zu kämpfen, ist immer so ein bisschen verschwendete Energie, weil die Lederratten machen es ja eh nicht mehr so lange. Das ist ein sich selbst lösendes Problem. Nur noch für... Kannst du natürlich auch einfach die Fresse polieren unter dem Weihnachtsbaum, hätte ich jetzt auch eher Spaß dran, aber... Ist in meinen Augen immer verschwendete Energie und kommt auch nicht so gut an in den eigenen familiären Reihen. 40% glauben, dass man seine Meinung frei sagen kann. Die Mehrheit, 44%, glaubt das nicht mehr. Wenn uns die Freiheit der Rede genommen ist, dann werden wir in stiller Dummheit geführt. Verantwortlich dafür sind unsere Regierung und zahllose Journalisten, die seit Jahren die Methoden der modernen Zensur und Ausgrenzung verfeinert und immer brutaler angewandt haben. 44% ist jetzt die Mehrheit, 44% gleich Mehrheit, 44% ist keine Mehrheit. Ja, ihr megaschlauen Gymnasasten wieder, habt ihr alle Abitur oder was? Braucht man jetzt Abitur, um hier mal so eine Ansprache zu hören? 44% ist doch eine Mehrheit. Es sind doch viele Leute und viele Leute sind eine Mehrheit. Und? Wo ist jetzt das Problem? Um ihre scheiternde Ideologie zu verteidigen. Klare Mehrheit, 44%, Hashtag BWL Justus. Grundsätzlich, glaube ich, kommst du mit dem Satz 44% Mehrheit im Betriebswirtschaftsstudium am besten durch. Wenn ein Weltbild so absurd, so unsinnig, unvernünftig und ja, verrückt ist, dass es unmöglich wird, es mit Argumenten zu verteidigen, dann bleibt nichts anderes übrig, als es von jeglicher Kritik abzuschotten, jeden Kritiker einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Das ist es, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Genau. Es begann mit Angela Merkel und wurde noch schlimmer, mit Olaf Scholz. Richtig. Freiheit existiert nicht in Geldscheinen oder Goldstücken. Freiheit existiert nur in der Überzeugung, frei zu sein. Das Gefühl der Freiheit erfüllt uns oder eben nicht. Wenn die Mehrheit der Menschen nicht mehr an die Freiheit ihrer eigenen Worte und damit Gedanken glaubt, dann endet die Freiheit. Er hat da recht, wie bei Thomas Gottschalk. Er fühlt sich auch nicht mehr frei. Deswegen hat er mit Wetten, dass aufgehört. Er hat gesagt, er kann im Fernsehen nicht mehr so sprechen wie zu Hause. Und deswegen ist es seiner Zeit zu gehen. Und das ist schon ein großes Problem, denke ich. Dass sich da Olaf Scholz nicht mal drum kümmert, halte ich schon für eine Frechheit. Die Sehnsucht nach Freiheit ist so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Spoiler, bei Reichelt gibt es zum Frühstück nur noch Müllermilch. Es ist halt so endlos fucking peinlich. Ich finde, ich finde fucking Faschos, die auf Krampf jetzt Müllermilch, die auf Krampf irgendwie Müllermilch trinken, das ist so ziemlich das peinlichste auf diesem Planeten. Das hat so diese verfickten Vibes von den ganzen Trotteln aus Amerika, die Budweiser Light gekauft haben, dann für einen Rekordumsatz hoch gesorgt haben, nur um es dann im Hinterhof vollautomatisch zu zerballern. Das ist so, wie fucking bescheuert seid ihr eigentlich? Euch ist echt nicht mehr zu helfen. Euch ist echt nicht mehr zu helfen. Aber, aber, wann immer dann zum Boykott aufgerufen wird, heißt es, nee, Boykott bringt nichts. Ja, stimmt. Da hast du vollkommen recht. Nicht kaufen bringt nichts, aber wenn man es kauft, hilft es denen. Finde den Fehler, rechter Übermensch. Finde den Fehler. Ja, weil Millionen Menschen sie nicht mehr spüren. All das ist wahr, all das mag uns bedrücken, all das ist eine bittere Bilanz, aber es ist auch Anlass zu größter Entschlossenheit. Ich lebe anscheinend hinter dem Mond. Was mit Müllermilch? Na, der ist so ein Nazi halt, der Typ, ne? Der Müller von Müllermilch. Der Müller von Müllermilch ist halt Nazi. Ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches bei großen Firmenchefs, ne? Also, ja. Guckt sich das jemand an und fühlt sich motiviert dadurch? Also, guckt das jemand an und denkt sich, ja, endlich sagt es mal einer. ...stand weiß, was geschehen muss, um unser Leben besser zu machen. Im Jahr 2024 entscheiden sich die Fragen, die unser Land auf Jahrzehnte hin prägen werden. Unser Leben und das Leben unserer Kinder. Richtig. Bekommen wir die Regierung, die wir gewählt haben, oder bekommen wir immer wieder die autoritären Links-Grün, egal wen wir wählen? Zwei Drittel der Menschen... Aber ist nicht 2025 Wahl? 2024 sind doch nur Landtagswahlen, drei Stück. Meint der 2025 damit? ...wollen keine linke Partei... ...Europawahl. ...Partei an der Macht. Können wir noch die Fakten unserer Existenz aussprechen, ohne uns fürchten zu müssen, vor denen, die vorgeben, unter ihren bunten Flaggen für die große soziale Gerechtigkeit zu marschieren? Können wir noch sagen, dass es Dinge gibt, die wir als normal empfinden? Können wir dafür ein... Ja, Landtagswahlen sind wichtig und gefährlich. Ja, kannst du da, sagst du was, Alter, ne? Oder um es mit den Worten von Never Forget Niki auszudrücken, wenn Björn Höcke Ministerpräsident wird, werde ich legaler Waffenbesitzer. ...einstehen, dass sich unser Land nicht vollends bis zur Unkenntlichkeit verändert. Wollen wir unsere Kinder wirklich weiter einer Sekte überlassen, die Gehorsam oder Weltuntergang predigt? Was ist wahr? Und was ist eine Lüge? Von wem... Hilfe, der Typ ist ein Wichser. Du gewöhnst dich an mich. Am Anfang bin ich immer so ein bisschen unangenehm von oben herab und wirke arrogant, aber das gibt sich mit der Zeit. Ich bin eigentlich auch ein Trottel. Wollen wir uns das überhaupt noch sagen lassen? Und kann die Regierung uns weiter gängeln, ihre Lügen nachzuplappern? Wollen wir wirklich weiter hinnehmen, dass unsere Wirtschaft und unser Wohlstand zerstört werden und im Namen der Vielfalt immer mehr Menschen immer weniger gemeinsam haben? Wollen wir wirklich weiter jenen Journalisten zuhören, die uns unzählige Male belogen haben? Wollen wir... Ist jetzt eine eher unangenehme Geschichte, wenn Julian Reichelt das sagt. Aber es spielt auch so ein bisschen mit dem Klientel, das er bedient. Also, wollen wir auf Journalisten hören, die uns unzählige Male belogen haben? Tja, an wen denkt man denn da, wenn man ein bisschen so die Presselandschaft der letzten 100 Jahre verfolgt hat? Na, an fucking Axel Springer. Und derzeit, unsere Generation denkt an Julian Reichelt. Julian Reichelt ist der Nummer 1 Demagoge im deutschen Journalismus. Dann eher so ein bisschen Schuss in den Ofen, wenn der sich hinstellt und das ins Mikrofon hustet, ne? Wir wirklich weiter gezwungen werden, für ein System zu bezahlen, das sich nicht der Wahrheit, sondern den Mächtigen verpflichtet fühlt. Ist es wirklich Demokratie, wenn die Regierung bei nahezu allen wichtigen Themen das Gegenteil von dem beschließt, was die Mehrheit will? Oder müssen wir uns unsere Demokratie zurückholen? Ist es wirklich Demokratie, wenn wir bloß zu zahlen haben, was wir doch gar nicht haben wollen? Lassen wir uns weiter vorschreiben, wie wir zu leben haben? Millionen Menschen stellen sich diese Fragen. An Heiligabend werden das die Fragen sein, die in vielen Familien an unzähligen Ästischen diskutiert werden. Ja, bedauerlicherweise hat er damit wahrscheinlich sogar recht, ne? Bedauerlicherweise müssen sich viele von euch mit diesem Schwachsinn konfrontiert sehen, ey. Und ich wünsche euch da draußen sehr viel Kraft, dass ihr das durchsteht, wirklich. Und ein kleiner Ratschlag von mir noch, ne? Ihr kriegt vor allem auf YouTube hier zwei Tipps kostenlos mit an die Hand gegeben. Betrinkt euch einfach. Es ist keine Schande, über die gesamten Festtage als linker Veganer durchgängig 1,5 Promille zu halten. Das ist absolut keine Schande. Übermäßiger Alkoholkonsum ist etwas, das kritisiert gehört. Und die Verharmlosung von Koffein in linken Szenen, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber während der weihnachtlichen Festtage Standgas von 1,5 Promille zu halten, ist keine Schande. Und kein Verbrechen. Okay? Ich hab MS, ich kann nicht saufen. Ja, saufen ist ja auch einfach nur für Rausch, ne? Du kannst natürlich auch eine Nase pep ruppen. Wenn dir das damit besser geht, ne? Oder Mario J rauchen. Das ist eh gesünder. Fürchtet euch nicht. Das ist der Satz, der über Weihnachten steht. Und an diesem Weihnachten liegt Hoffnung darin, dass Millionen Menschen sich entschieden haben, sie... Ey Dara, ich danke dir für den Red. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Kuss geht raus, Mann. ... nicht mehr zu fürchten. Unsere Weihnachtsbotschaft an die Mächtigen in den Ministerien und im Kanzleramt lautet... Mario J finde ich auch besser als Alkohol. Ja, ich auch. Ich finde Kiffen auch besser. Wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, hätte ich wahrscheinlich damals auch gekifft, statt zu saufen. Aber du kommst nun mal sehr viel leichter an Alkohol ran, als an Marihuana. Ja, und ich sag euch ganz ehrlich, bei mir wäre Marihuana auch eine heftige Einstiegsdroge gewesen. Ich passe genau in die Zielgruppe der Leute, bei denen Marihuana eine Einstiegsdroge ist. Nicht wegen der Wirkung, sondern weil ich so schlecht Nein sagen kann. Überlegt mal, wenn ich Kontakt zu einem Dealer gehabt hätte, wenn der mir... Also ich kenne das ja von anderen Substanzen, Händlern. Wenn man da hingeht und sagt, ey, Brudi, ich brauche ein bisschen Teste. Und dann sagt er dir, komm, Clenbuterol habe ich noch im Angebot. Willst du da auch ein Päckchen? Ach komm, ja, warum denn nicht? Das wäre bei mir bei Marihuana eine Katastrophe gewesen, Alter. Wenn der... Überlegt doch mal, was das bei mir für eine verfickte Katastrophe gewesen wäre. Eine gänzliche Katastrophe. Es ist unser Land und ihr habt kein Recht, es kaputt zu machen. Es ist unser Wohlstand, von uns hart erarbeitet. Und ihr... Naja, als ich 16 war, war es so viel einfacher, einen Lappen zu bekommen, als eine Flasche Wodka. Ja, ich vergesse, dass ihr alle verdammte Betas seid und nicht mit... Als unter 16-Jährige schon weit über 1,90 wart und ein Männlichkeitslevel vorweisen konntet, das wirklich bar jeder Vorstellungskraft liegt. Ihr habt kein Recht, ihn uns wegzunehmen. Es ist unser Leben und ihr habt kein Recht, darüber zu entscheiden. Du sagst dein Chat öfter Nein als Ja, Eddekadent. Also okay, ich möchte jetzt nach diesem Beitrag, möchte ich das mit der Aufforderung zum Alkoholkonsum vielleicht zurückziehen. Denn nicht für alle scheint Alkohol eine Lösung zu sein. Millionen Menschen fürchten sich nicht mehr vor den perfiden Ausgrenzungsmechanismen, vor den Einschüchterungen und vor der Abschreckungsrhetorik einer Regierung, die versucht, jede legitime Opposition zu kriminalisieren, wie niemand vor ihnen in der bundesdeutschen Geschichte. Millionen Menschen haben verstanden, dass es um zu viel geht, um weiter zu kuschen. Millionen Menschen sind nicht mehr bereit, sich mit der Sprache und vor allem mit den Methoden des neuen linksgrünen Sozialismus einfach abzufinden. Schön wär's, Digga. Schön wär's. Also die derzeitige Regierung als rot-grünen Sozialismus zu bezeichnen, I fucking wish, Junge. Einfach hinzunehmen, während sie ihr Lebenswerk und ihre Existenzgrundlage zertrümmert sehen. Noch vor anderthalb Jahren gab es weder Achtung Reichelt noch News, weder Reif Schulers Interviews, in denen Menschen ausreden dürfen. In seinem Schwurbissen im Magic Universe würde ich gerne leben. Ich auch, ich auch. Ich würde da auch gerne leben. Aber er ist halt so durchschaubar und langweilig auch. Also er guckt halt einfach nach Amerika und kopiert Tucker Carlson in sehr schlecht. Das ist halt legit fucking alles, was der macht. Und Tucker Carlson nennt halt eine Krankenversicherung Socialism. Also diese Sozialismuskeule, die ist ja auch irgendwie so alt, wie der Kalte Krieg kalt war. Egal was sie denken, noch Sebastian Vorbachs freie Talkshow stimmt, in der man einfach seine Meinung sagen darf. Wir haben uns unsere Zahlen genau angesehen. Seit es uns gibt, haben wir über 10 Millionen Menschen mit unseren Inhalten erreicht. Wir auch übrigens. Und das innerhalb eines Jahres mit einem verfickten linken Podcast. Obwohl die Bundesregierung all ihre Macht eingesetzt hat, um Menschen von uns fernzuhalten. Obwohl die öffentlich-rechtlichen Medien alles getan haben, um uns auszugrenzen und zu Aussätzigen zu erklären. Sie sind gescheitert. Und das ist eine gute Nachricht für unser Land. Junge, also bei aller fucking Liebe. Aber du hast dich nach der März-Aussage zu den Zahnarzt-Terminen von Ausländern nach Moabit gestellt und hast alle Nicht-Weißen gefragt, ob sie mal ihre Gesundheitskarte in die Kamera halten können und wann sie denn das letzte Mal beim Zahnarzt gewesen sind. Also ich finde ja Selbstbeweihräucherung auch immer ganz gut, ne? Und dann lassen wir sie entscheiden. Von der Heizungsdemo in Erding über die mutigen Bürger von Upay bis zum Bauernaufstand in Berlin erleben wir, dass Millionen Menschen auf der Straße, vor dem Fernseher und an ihren Smartphones erkennen, es geht auch anders. Man muss sich nicht in Gehorsam und Fügsamkeit ergehen und sich dem neuen Sozialismus ergeben. Wir können auch anders. Wir sind nicht allein. Auch unser Nachbar. Junge, ihr seid Fotzen. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Aber was wollt ihr denn erreichen, Junge? Ihr habt doch überhaupt nichts auf dem Kasten. Komm, Julian Reichelt. Wir beide. Faustkampf. Eins gegen eins. Wir machen's so. Wir holen uns ein Waldstück in Kanada. Thomas Gast ist der Schiedsrichter. Wir beide gehen in den Wald. Einer kommt wieder raus. Hat Angst um sein hart... Hey, lass das F-Wort. Ich lass meine Sprache hier nicht von irgendwelchen links-grün-versifften Sozialisten kontrollieren. Du kannst mit deinem, mit deinem pseudo-antifaschistischen Sprachverboten kannst du sonst wohin gehen, aber hier funktioniert das nicht mehr. Ich lass mich nicht mehr von euch einschränken. ...erarbeitetes Haus. Auch unser Kollege will nicht mehr, dass mit seinen Steuern linke Ideologie und unkontrollierte Migration finanziert werden. Eine Weltanschauung, die für unser Land und für ganz Europa zerstörerisch wirkt. Die Mehrheit mag Angst haben, die eigene Meinung zu sagen, aber die Mehrheit hat auch erkannt, dass all die Diffamierungsparolen, all die politischen Kampfbegriffe der links-grünen Elite, von rechtspopulistisch über queerfeindlich bis demokratiegefährdend, von besorgter Bürger bis Skeptiker, sich abgenutzt haben. Niemand glaubt das mehr. Jeder weiß, dass uns diese Begriffe bloß davon abhalten sollen, zu widersprechen. Wir erinnern uns alle noch zu gut an die vergangenen Weihnachtsfeste, als dieses Gift der politischen Propaganda unzählige Familien gespalten hat, als die Regierung uns allen Ernstes aufgefordert und abverlangt hat, an der Wohnungstür die ordnungsgemäßen Impfpapiere der Menschen zu kontrollieren, die wir lieben. Als man vorsichtig sein musste, in der eigenen Familie seine Meinung über das Impfen zu sagen oder Zweifel an den autoritären Maßnahmen der Regierung zu äußern. Für all die Menschen, die das Glück hatten, in Frieden und Freiheit aufzuwachsen, war das eine Lektion des Schreckens, ein Aufblitzen der Unmenschlichkeit. Für all die Menschen, die einen Teil ihres Lebens in der DDR verbracht haben, war es ein traumatischer Rückfall in die Beklemmung des übermächtigen autoritären Staates, der bis in die Wohnzimmer hineinherrscht. So bitter diese Erfahrung gewesen sein mag, sie hat uns gestehlt. Sie hat uns abgeertet gegen einen Staat, der all seine Macht einsetzt, um uns auf Linie zu zwingen. Ich bin immer noch traumatisiert, wenn jemand mit der Spritze in meiner Nähe kommt. Also diese Impfteams, die durch die Straßen gezogen sind, das war schon wirklich eine grausame Angelegenheit. Wie kann man sich wegen einer Impfung so einscheißen? Ja, keine Ahnung, Alter. Keine fucking Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die davon sprechen wollen, den Staat zu stürzen und den Sozialismus zu beenden und sich dann aber einscheißen, wenn sie einen Piekser in den Oberarm bekommen. Weil es ja nicht wissenschaftlich... Wo sind denn die Langzeitstudien dazu? Wo sind die Langzeitstudien? Egal ob bei Klimaideologie oder Massenmigration. Genau. 2024 wird das wichtigste Jahr unseres Lebens, in dem wir unüberhörbar deutlich machen werden, dass es unser Land ist. Wir gehen da gestärkt... Komm, wir kämpfen um Deutschland, Julian. Wir beide. Wir beide. Ein Wald. Ein Wald. Du und ich. Einer kommt wieder raus. Der Gewinner kriegt Deutschland. Furchtlos hinein. Alle. Miteinander. Ihnen danke ich von Herzen dafür, dass Sie dabei geholfen haben, Achtung Reichelt und News in so kurzer Zeit zu einer Stimme der Mehrheit zu machen. Wir sind noch lange nicht fertig. Für 2024 verspreche ich Ihnen, wir stehen an Ihrer Seite. Wir stehen für Fakten und gesunden Menschen. Ich bin mir ganz sicher, dass Julian gerade einen ganz Harten hat. Ey, Kim. Lass doch das mit der Haarbombe. Verstand. Und zusammen wissen wir, wir sind nicht allein mit unserer Meinung. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich frohe und gesegnete Weihnachten. Hat? Ne, hat ist das H-Wort. Harten ist die Haarbombe. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Julian Reichelt. Nächstes Jahr kämpfen wir gegen den Sozialismus. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch auf YouTube auch frohe Weihnachten. Habt einen schönen heiligen Abend. Ende des Jahres kommt wieder ein dickes Banger-Video hier. Irgendwie dekadent Jahresrückblick. Da bereiten meine Schneiderlinge und Freunde da was vor. Das wird ein ziemlicher Kicker. Das gucken wir uns am 31.12. auf Twitch an. Also wenn ihr am 31.12. aus welchen Gründen auch immer nicht besoffen irgendwo rumstolpert. Dann könnt ihr das hier gucken. Aber auch keine Sorge, auch für die trinkende, auch für die trinkende Klasse. Die können das auch gucken, weil ich werde am 31. nicht so spät streamen. Also es wird, es wird adäquate, schöne Zeit. Und ihr könnt euch das noch in Ruhe reinziehen, bevor es dann an die Front geht. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.